So, nachdem ich jetzt den ganzen Tag auf dem Motorrad gesessen habe, bin ich gerade wieder zurück am Campingplatz und habe soeben beschlossen, das, was die Kinder da tun, das kann ich auch und ich gehe jetzt da rein. Ich freue mich, super. Also war ein toller Tag. Hat richtig Spaß gemacht zu fahren, also hier ist toll. Gerade für Anfänger, die jetzt mit Höhe und Kurven überfordert sind, so wie ich in den Alpen, richtig cool. Ja, also weil hier hat man einfach nicht so viele Höhenunterschiede und die Kurven sind jetzt nicht so unübersichtlich, dass man sich da mit gutem Gewissen reinlegen kann. Also echt richtig cooler Tag. So, und jetzt geht's Swimming. Ich hole nur eben kurz meine Schwimmflügel.